also das spreche wieder so macht ihr hier mal okay wir das mit die lauf nicht in zivilisation ich nehme alles zurück du rennst hier mitten rein die stürzt nicht werden menschen die vorbeiläuft wenn wir bisher mutiges tier wahnsinnig doof oder dieses einfach wirklich scheißegal das ja muss jemand anders entscheiden so wie viel haben wir denn jetzt eigentlich an citizens 93 und 72 prozent educated das wird auch um close 85 ich glaube nicht über die brücke aber die nähte den menschen ist den anscheinend wirklich egal ok das heißt so vielleicht sollte ich hier mal unterstützen das bisschen schneller geht jetzt dauert es ein bisschen lang ok ich habe ja auch gerade 16 farmer die nichts zu tun haben essens ding ist sowieso voll glaube ich und er noch nicht so eigentlich könnte ich auch wenn wir jetzt gerade schon haben wir late winter das sammelt mal hier die steine und falls da ist auch das eisen wenn ihr mal zeit habt es wird ja ein paar die zeit haben also sowieso nicht die 2 die 16 zwischen jetzt auch dann ist die sechs noch nicht die sind noch am machen wo ihr mensch wieder gestorben wallace the fisherman die ist noch 80 gräber okay das sollte das nächste zeit reichen wir sind hier 35 und 36 ok und ist das gleich voll dann kann das den betrieb genommen werden also im betrieb genommen werden naja ich denke ich generiere ich tote also gut was mal 4 zu 22 dann darf ich mal gefüllt werden mit den verschiedensten lebensmitteln viel spaß und es ist schon wieder frühling die dd was ist jetzt 96 leute haben oder bald haben wir die 100 geknackt die 100 und keine ich könnte ja auch mal die häuser hier mal upgraden wir hätten ja zumindest grad frühling wo könnte ich denn so hat hier gerade wurscht nachkommen nehmen wir dich halt gleich machen mal heute upgrade wer ist jetzt gestorben ending slay the forester ok kenne ich nicht damit ist das grab jetzt voll der friedhof ist voll woher die mato da hat irgendwie zu langen laufen kann das sein wo uns an der falschen arbeitsstelle oder wie das kann natürlich sein manchmal kann man was hier fahrmann window und ach das sind die beiden window wahrscheinlich gewesen so wieder zurück aus einer kleinen unterbrechung und ja die unterbrechung war ein bisschen länger weil ich glaube ich habe Donnerstag aufgenommen gehabt und jetzt ist samstag egal das sind über ein paar tage ins land gestrichen so was haben wir überhaupt noch mal gemacht hier war ein boot genau hat das irgendwas für mich Nein kann ich dann nee ich kann auch nichts bestellen moment das hatte nichts für mich genau logs und order war auch nicht wirklich sinnvoll Was macht ihr ach ihr macht das haus hier gerade kaputt Okay Dann Hier wird gerade gefüllt Willfamilien und so habe ich essen wird hier gerade ich muss gerade mal schauen wie war das jetzt hier noch mal Educate schon auf 75 prozent das ist gut 28 hauses Und 41 familien da brauchen wir ein paar häuser Schaut es essenstechnisch aus bin ich gerade über produktion gut also kann ich häuser bauen Dann machen wir das doch mal 12 Dann machen wir erstmal drei bevor ich jetzt viel zu viel übertreibt Und schicken wir mal hier die baukolonie los Ich sage gerade ich habe zu viel zu essen und jetzt habe ich doch einen der hungrig ist deshalb wahrscheinlich bis zu weit weg von seiner arbeitsstelle von dann würde ich mal shop forrester ja ist klar ist wahrscheinlich irgendwo ist nicht gestorben pyrrhic official man das war je von der wahrscheinlich hier irgendwo vor ist erstmal kein sinn wenn man hier vor ist Ist einfach nicht schnell genug hintergekommen Egal Naja was soll es Kann ja mal passieren Das haben wir jetzt auch keine patienten das ist gut was geht gerade low Iron ist low Stimmt da war was Irons sammeln Wo ist hier Eisen da ist Eisen Sammelt Eisen Das ist auch schon brauche ich bald eine mine Aber ich muss nach rechts übersetzen Da ist auch noch ziemlich viel Ich dachte erst die karte ist ja eigentlich recht groß aber inzwischen es wird irgendwie immer kleiner So Eisen ist ganz da und Steine sind auch fast da Steine 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 verdammt dann würde es noch ein bisschen dauern mit bauen Huch das geht aber hier richtig schnell können wir sagen dass hier einfach ein paar Sachen drin sind Nein hier kommen ja keine baumaterialien rein oder Ich glaube nicht Aber ich will das nur noch ein haus dafür doch nur ein eisen Ähm Okay Aber Eisen mache ich ja sowieso für Tools Ich glaube es wird langsam kein Weg dran vorbei ich brauche eine Mine Ich muss eine Mine bauen Weil so viel Eisen ist da unten jetzt auch nicht mehr Äh Mine Ich mache das mache ich dann hier ist Mine Ne Mine Ne Mine Bauen wir die doch gleich mal hier her oder Ähm Drehen wir sie mal Na toll So Ja Oder bauen wir sie hier oder baue ich sie vielleicht da oben hin oder baue ich sie hier her Das ist gar nicht so einfach Das ist gar nicht so einfach Da kann ich sie hin bauen Oder kann ich sie da irgendwo hin bauen Hunting Cabin So Hier so Na schauen wir mal Obwohl ich will es eigentlich nicht zu nahe Dann bauen wir es lieber auf die andere Seite vom Berg Na bauen wir es Oder geht es da irgendwo hin Ja da mache ich es nicht hin Doch dann bauen wir es da einfach hin Bauen wir da die Mine Da werde ich jetzt wahrscheinlich wieder ein paar Leute brauchen Dann baut mir das mal Dann machen wir hier mal auch einen Weg hin Höh Warum geht das hier nicht weiter Achso weil hier der Hügel zu krass ist Dann machen wir hier mal Wo ist denn hier die Mine Machen wir hier so und dann So und hier So Den Weg entlang Wer ist nicht schon wieder gestorben Deliz the Wendor Und Achso das war es schon Essen ist schon wieder voll Ach komm ich hier höchst jetzt einfach nochmal auf 15.000 So 15.000 Damit ich das wenigstens noch abernten Weil irgendwie kann ich das nie mit anschauen wenn dir hier noch was stehen bleibt So So Wie was kostet das eigentlich Ach das kostet noch so viel Steine Ah verdammt Holz und Steine Da wird das jetzt noch ein bisschen dauern Dass es fertig ist Was ist hier voll Nee das ist voll Holz ist wieder voll Jetzt kann ich auch mal Guck mal hören wir das mal auf 1000 insgesamt Holz Wir haben ja gerade ein bisschen Platz noch gell Können wir das schon mal riskieren So das hat eigentlich super geklappt hier mit dem Feldwechsel Ui wie viel Kühe Wow wir haben schon 12 von 12 Das heißt sie wird dann bald geschlachtet oder Coole Sache Dann wirft das mal Essen ab Schafe baue ich halt immer noch Und hierfür auf jeden Fall Stein So jetzt haben wir Winter Jetzt schicken wir die mal alle zum Stein holen Holt mal hier aus dem Gebiet Stein Habe ich glaube ich gerade gar nichts markiert Stein 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 Wieso die ganzen Steine Habe ich schon alle weggesammelt Boah ich jetzt auch schon Quarry Das sind noch Steine Oho Oho Steinbruch jetzt auch schon Oh wei Ja das wirds lustig Ja die bauen jetzt noch nicht Die sind jetzt glaube ich noch alle mit abbauen Beschäftigt von Steinen und so weiter Das kann ja demnächst lustig werden So hier ist Cemetery Ach ja genau Beef 200 Wow das gibt ja richtig viel Äh Le Mario the Woodgater Has died from old age Okay Ah darf er auch Hat er genug getan So wieviel Einwohner habe ich denn jetzt inzwischen Und ja wir haben ein 1001 Einwohner nicht Al-Martina Coole Sache Mann sind gerade nicht da Sehr konstante Population zurzeit Macht nix Ja hier muss ja die ich könnte jetzt Priorität einfach hoch setzen aber nee das mit erst mal das zeug von unten holen Es sind ja eigentlich wahnsinnig viele unterwegs die ganzen labor die farmer machen das ja auch Ach komm die sind doch alle unterwegs dann kann ich doch die bilder jetzt die priorität hier einfach hoch setzen da macht man das zuerst